Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die du abgelehnt hast? Und wenn sie dann doch irgendwo mal da so um die Kurve dir präsentiert werden, dass du siehst, oh, da habe ich ja eine Gabe drin. Oder oh, ist ja doch ganz klasse. Also bei mir ist es ganz gravierend, bis zum heutigen Tage kommen immer so kleine Sachen um die Ecke, wo ich mich komplett anders eingeschätzt habe, als ich offensichtlich bin. Das allererste Mal war das, als ich vor 12 oder 13 Jahren inzwischen nach Ibiza gezogen bin, habe ich mein Leben komplett über den Haufen geschmissen, bin von einem vermeintlich sicheren Job ausgestiegen in ein komplett unsicheres Umfeld von Deutschland nach Ibiza und habe dort meine Coaching-Ausbildung gemacht. Das war schon mal die erste Überraschung, die ich mir selber bereitet habe. Und dann stellt sich auch noch heraus, durch das Coaching, was ich damals gemacht habe, dass da noch viel, viel mehr Dinge entstanden sind, von denen ich früher nie im Leben gedacht habe, dass ich das bin. Schauen wir mal bei dir nach. Schauen wir mal bei dir nach.